Ich habe lange überlegt, ob ich zu diesen Themen Videos mache, aber nachdem das so überhand nimmt, dass 100 Outdoor-Kanäle Messerphilosophien glauben, eigene Messerkollektionen bla bla bla. Grundsätzlich das Outdoor-Messer, das ist eine geplante Aktion, das ich möchte oder das ich mir leisten kann. Ein Survival-Messer, das beste Survival-Messer ist das, dass ich genau in der Situation in der Tasche habe. Man kann nicht auf alles vorbereitet sein, also im Notfall hilft ein zweiter Taschenmesser. Ich zeige euch heute mein Outdoor-Besteck, das ich so in der Regel verwende, in der modernen Version und in einer traditionellen Version. Ich habe in anderen Videos, sonst wird es zu lang. Was ich gar nicht mag, ist, wenn man in diesem Kanal hört, mit dem Messer kann man tonieren. Also auf Deutsch sagt man auch Hutscheiddle-Kleimern, macht man mit einem Messer grundsätzlich nicht. Dafür gibt es andere Werkzeuge. Ich zeige euch jetzt einmal meine Version, meine moderne Version. Und zwar schaut es so aus, ich habe zwei Messer, ein großes und ein kleines. Das kleine ist ein EZ Insula 2, das habe ich im Set gekauft mit Scheidengürtelholster, die Griffschalen waren mit dabei. Für feine Arbeiten. Die Klinge ist 6,7 Zentimeter lang und das Messer ist insgesamt 17,4, 14 Zentimeter lang. Habe ich beim Amazon gekauft, wird sehr zufrieden damit und auch die Beschichtung ist sehr stabil. Rastet sauberei, sodass man es auch nicht verliert. Das große Messer ist ein Kukri. Für mich ist der Kukri das beste Messer überhaupt. Leider gibt es bei uns keine originalen nepalesischen Kukris. Das ist lauter billig Mist aus Indien oder aus Pakistan. Deswegen habe ich mich für die moderne Version entschieden. Und zwar ist das von Fox Knife Metair Division, der sogenannte Tactical Kukri. Die Klinge ist insgesamt 36,5 Zentimeter lang. Die Klinge ist 23,5 bis 405 Gramm schwer. Mit Kunststoff-Griffschalen ist ein unwahrscheinlich stabiles Messer. Für viele gute Dienste erwiesen. Und die Beschichtung ist auch spitze. Sehr kratzfest, sehr widerstandsfähig. Heut gut. Freilich war mir ein echter Kukri lieber. Das ist aber bei uns nicht aufzutreiben. Deswegen die moderne Version. Ja, das ist jetzt mein Outdoor-Besteck, wie gesagt. Weil ich für mich entschieden habe, dass das für mich die besten Messer sind. Die habe ich mir gegönnt. Der Rest ist eine Glaubensfrage. Outdoor-Buskraftmesser. Man nimmt das, was man haben möchte. Oder was man sich leisten kann. In diesem Sinne. Daumen hoch nicht vergessen. Bis zum nächsten Mal. Ciao.